Eppern im ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die WM in Russland schlägt das DFB-Team die U2-0 in 2x30 Minuten mit 7 zu 1. Manuel Neuer feiert sein Comeback. Manuel Neuer ist zurück im Tor, beim lockeren 7 zu 1 Sieg im Testspiel gegen die deutsche U2-0-Auswahl feierte der Torwart des FC Bayern am Montag im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol sein Wettkampf-Comeback zwischen den Pfosten. In 2x30 Minuten Spielzeit schenkte die A-Nationalmannschaft den Youngstern dabei ordentlich ein, Neuer hielt seinen Kasten sauber, das einzige Gegentor durch Gürken Sacklamm kassierte bereits in der 9. Minute sein Kontrahent mag andere Ter Stegen. Punkt. Alle Tore des ersten DFB-Tests im Trainingslager 1 zu 0 Julian Brandt, 5. 2 zu 0 Leon Goretzka, 6. 2 zu 1 Gürken Sacklamm, 9. 3 zu 1 Joshua Kimmich, 15. 4 zu 1 Nils Petersen, 16. 5 zu 1 Leroy Sane, 42. 6 zu 1 Mario Gomez, 51. 7 zu 1 Leroy Sane, 54. Punkt.